Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 22. Ja, wir sind bei Folge 105. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir hoffen, es geht euch gut. Es ist richtiges, du weißt, was jetzt kommt. Es ist ein Podcast. Es kommt Wetter und es kommt, wann wir das aufnehmen. Ist ja klar, weil du das erstmal klarstellen musst. Es ist Montag bei uns. Wir sind relativ früh dran, denn Melissa hat diese Woche, wenn ihr das hört, eine Produktionswoche. Melissa ist in Köln und Düsseldorf unterwegs und daher sind wir ein bisschen früher als sonst. Es ist muckelig. Muckelig, verregnet. Jetzt müsste Corona mal weg sein, dass wir in die Sauna können. In Hamburg schneit es. Ja, tatsächlich vermisse ich Sauna so sehr, dass ich gerade tatsächlich nach Apartments gesucht habe mit privater Sauna, die man eventuell mieten könnte. Aber ist natürlich alles nicht möglich so richtig und gibt es auch nicht so richtig. Aber ja, mal abgesehen von allem, was ernsthaft ist, um mal dieses blöde Thema zu besprechen, wie nice wäre es, wenn man einfach so eine Sauna zu Hause hätte. Ich weiß, dass sich echt gerade die wenigsten irgendwie interessiert und sowas, aber eine Badewanne wäre schon echt nice. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Gefühl, was du dir wünschst, ist, das hatten wir ja schon mal in der Folge, dass wir gesagt hatten, eine Badewanne, wenn man das zu Hause hat, muss man das echt zu schätzen wissen. Weil es fällt einem erst auf, wenn man keine hat, wie schön es eigentlich ist, sich einfach so richtig in so ein heißes Bad zu gehen. Und dann so Dampf überall, du kannst ja im Prinzip ein Dampfbad draus machen. Ich würde es so heiß reinlaufen lassen, dass wirklich dieses ganze Bad ein Dampfbad ist und würde meine ätherischen Öle überall reinmachen und meine Räucherstäbchen und so. Ach, das wäre echt entspannt und schön und muckelig. Wir hoffen, ihr habt die Ostertage gut überstanden, habt eventuell Family and Friends gesehen, je nachdem, wie es bei euch möglich war. Wir waren ganz entspannt in Berlin, wir haben keine Familienausflüge. Wir sind nicht zur Familie, genau. Aber viele tatsächlich. Viele sind zur Familie gegangen, deswegen waren halt auch diese Corona-Teststationen einfach so unglaublich voll. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Stadt ist. In Berlin gibt es halt wahnsinnig viele Teststationen und bei uns drumherum sind wirklich vier, fünf. Und Flo und ich nehmen das tatsächlich auch in Anspruch, einmal die Woche einfach testen zu lassen, um so einen kleinen Check-up zu haben. Ich habe natürlich durch die Produktion und durch die Jobs jedes Mal einen Test und muss auch PCR-Tests vorher machen und so. Aber es war krass, wie viel los war vor Ostern. Ist ja auch gut so, wenn man diesen Service auch mit diesem Einmal in der Woche kostenlos in Anspruch nehmen kann. Warum dann nicht? Also das, finde ich, liegt da auf der Hand. Heute die Folge, es geht los, Melissa. Du hast eine Frage an mich. Ich habe eine total oberflächliche, eine Frage, eine, ist das voll komisch, flächliche oder flächliche? Also flächliche hört sich jetzt ganz falsch an. Nein, das ist ganz falsch. Aber eine oberflächliche Frage ist auch falsch. Naja, eine Frage, die jetzt nicht die Welt bewegt. Sehr oberflächlich, doch, ist richtig. Oberflächlich, nicht flächige. Nein, oberflächlich. Oberflächlich, ähm, und zwar, du stehst vor der, oh Gott, du stehst vor der Entscheidung. Nie wieder, hm? Oder nie wieder, hm? Nie wieder Podcast oder nie wieder Instagram. Und auf beides bezogen. Also im Use, egal ob du selber einen machst oder was weiß ich. Nie wieder Podcast oder nie wieder Instagram. Das ist fies. Podcast, denn ich, Melissa weiß es auch, ich höre sehr gerne Podcast. Sehr. Also wahrscheinlich habe ich echt schon unglaublich viele, ich verbringe in den letzten Jahren zu 100% mehr Zeit mit Podcast hören als mit Musik. Ich finde, Musik ist so ein bisschen, um mal kurz weiterzugehen, durch diesen ganzen Zurverfügung stellen auf diesen Streaming-Plattformen leider schon so ein bisschen, glaube ich, auch für viele in den Hintergrund geraten. Man hat das nicht mehr so, also für mich persönlich jetzt ist es nicht mehr so wie früher, wenn man sich irgendwie ein Album gekauft hat und dann hört man das in Ruhe durch, sondern dieses zu viel an Musik darstellen ist für mich jetzt nicht förderlich gewesen. Deswegen ist Star Podcast für mich auf jeden Fall attraktiver. Oh, ich könnte es gar nicht sagen. Du musst. Du musst eine Entscheidung treffen. Wie wieder Instagram, ich könnte ja aber auf ein anderes soziales Medium zurückgreifen. Mach mal. Es gibt halt nichts. Es gibt halt nichts, was vergleichbar ist. Du liebst halt Instagram auch und das muss man einfach sagen. Flo liebt Insta. Doch, du genießt das auch. Ich genieße das. Es ist auch für mich eine Art Entspannung, da durchzuscrollen. Boah, ist das hart. Wie wäre es vielleicht, wenn du mal anfängst, Bücher zu lesen anstatt Podcasts? Du hast halt immer die Möglichkeit, dass du auch... Ja, sorry. Nein, wahrscheinlich... Also jetzt, ehrlicherweise würde ich dann wahrscheinlich doch sagen, nie wieder Podcasts. Ja, für mich ist das eine ganz klare Entscheidung. Ich höre nämlich keine Podcasts außer... Für mich ist das eine ganz klare Entscheidung. Nein, dieses Ganze passt aber so ein bisschen zu den Dingen aus dem Alltag. Zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten und der Zukunft dieser Erde. Denn, das ist ein guter Übergang, wir haben uns heute aufgeschrieben, beziehungsweise ich habe mir darüber Gedanken gemacht, der Untergang von Facebook. Dass man das doch jetzt eigentlich... Ich weiß nicht, wer von euch noch bei Facebook ist. Ich weiß nicht, ob das alle so viel genutzt haben wie wir. Wir sind gerade tatsächlich mal durch Melissas Facebook-Profil gescrollt. Also, was man da früher alles... Gepostet hat. Also, man hat eigentlich... Diese Status-Dinger waren ja früher wie Tweets. Man hat... Du hast sehr viel Songtext-Zitate. Ja, nur Songtext-Zitate. Und was für welche, also... Was immer witzig war, wenn man so... Wenn es so... Ich hatte jetzt vorher nie eine richtige Beziehung, du schon. Dass man das immer so durch die Blume dann bei Facebook... Dass man so durch die Blume bei Facebook immer schon kommuniziert hat, dass es gerade kriselt. Also, das war bei uns auf der Schule auch immer so. Ja. Du wusstest, wir hatten ein Paar. Und wenn dann so Songtext-Zitate von Drake so ungefähr kamen, so... Well, I'm good alone. Dann wusste man schon so... Oh, ist gerade schwierig. Aber es ist einfach... Früher waren es die Songtexte. Jeder fühlt es, glaube ich, auch. Oder die... Ja, der Status bei Facebook generell, auch ganz toll, auch immer, ne... Vergeben ist gerade schwierig in einer Beziehung, verliebt, was weiß ich. Immer, wenn die aus der... Wenn die schönste aus der Klasse, Beziehungsstatus ist gerade kompliziert, haben alle Jungs am nächsten Tag, waren schon so, hm, hallo. Ich muss aber sagen, also, ja, es ist total komisch, sich das jetzt durchzulesen. Allerdings hat sich das jetzt total einfach verlagert auf Bewegtbild. Weißt du, was ich meine? Also, im Endeffekt ist ja, wenn man es genau nimmt, die Instagram-Story ein durchgängiger Status, Tagesstatus. Und, ähm, wenn man mal nicht so gut drauf ist, dann sind das doch nochmal melancholischere Sachen. Macht man mal irgendwie einen Landschaftsstill mit Billie Eilish im Hintergrund? Oder du rastest komplett auf ein Hip-Hop-Dings aus? Oder du bist Single und rastest komplett aus, indem du einfach dich selber die ganze Zeit inszenierst und auch auf eine gewisse Art und Weise irgendwie auch sexy bist? Und ob wir da nicht, und das ist sehr sicher so, dass ich in... 100 pro. 10 Jahren wahrscheinlich, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, mir auch meine Insta-Stories nochmal anzuschauen, ähm, werde ich dann wahrscheinlich auch sagen, wow, echt zu viel. Das Ding ist, Snapchat habe ich auch ab und zu so ein paar Videos und ich muss sagen, es ist mir nie unangenehm, dass ich sage, ich erkenne mich nicht wieder, also so ist das gar nicht. Es ist nur so, dass ich mir denke, es muss, ich könnte gar nicht mehr so viel, also ich könnte gar nicht mehr so doll. Vielleicht, wenn ich Single wäre, schon, weil die, das finde ich voll krass, die Art und Weise, wie du, ähm, ja, Signale raussendest und sowas. Und manchmal hat man das ja noch, wenn man ein bisschen tipsy ist oder sowas, wie du dann einfach merkst, wie du dann umschaltest, gefühlt. Ach, hast du das noch, obwohl du verlobt bist? Nein, aber, das finde ich ja was Neues gerade. Also ich weiß, also ich weiß, dass du Clubabende hattest, wo du safe geflirtet hast und ich werde das jetzt nicht weiter ausdingsen, weil du sonst rot wirst und nicht darüber reden möchtest. Ich werde gar nicht rot. Dann red doch darüber. Hast du nicht Clubabende gehabt, wo du ein bisschen geflirtet hast, weil du tipsy warst? Hast du das gemacht in der, keine Ahnung, Einkaufspassage mitten am Tag? Nein. Ja, aber das hat doch nichts mit, ich lasse das über Social Media raus. Nein, 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 ich meinte auch ehrlich gesagt, dass man, ähm, das war jetzt einfach nur eine, ein Vergleich, ein Vergleich, was, wie man drauf ist, wenn man Single ist. Und manchmal kommt das schon so ein bisschen durch, dass du ein bisschen lockerer wirst, wenn du angeschwippst bist, muss ich sagen. Obwohl du in einer Beziehung bist? Ja, safe, safe. Also das wäre, alles andere wäre eine Lüge. Okay, wenn du das so siehst. Boah, das ist so gemein gerade. Ist ja okay, anscheinend gibst du dann gerne Signale über Social Media von dir. Nein, nicht über Social Media. Ich meinte einfach nur vom Gefühl, wirst du natürlich ein bisschen so, huuuh. Ach, okay. Nicht über Social Media, nein, nein, nein. Also das tatsächlich nicht, aber wirklich im Real Life oder was weiß ich, bist du dann halt schon so ein bisschen redseliger oder was weiß ich. Das meinte ich. Ja, stimmt. Ich habe auch, ich muss sagen, ich habe jetzt öfter mit dem Gedanken gespielt, da ich wirklich gar nicht mehr auf Facebook bin, dass man das ja löschen oder deaktivieren könnte. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das sehr aufwendig ist. Und dann habe ich auch mal so durchgescrollt und was mich so ein bisschen, und das sagst du aber voll, was richtig ist, ob das mit Instagram und den Storys nicht genauso ist. Und was mich erschrocken hat von den Dingen, die man früher gepostet hat, also dieses Status hieß es, glaube ich, oder heißt es immer noch, ja, in was für eine narzisstische Richtung das geht. Also das war ja nur auf einen selber bezogen. Ja, auch, ja. Aber das mit, würdest du sagen, ist mit Instagram jetzt genauso. Ganz genau so. Es ist total krass, wenn ich mir dieses Konstrukt anschaue, dass ich... Und ich habe halt geguckt und habe so gedacht, boah, also man denkt halt direkt, wen, das hat doch keinen interessiert. Doch, voll. In dem Moment hat es voll viel interessiert. Aber ich denke mir auch jedes Mal, krass, wie, was das in mir sein muss, dass ich auf die Idee gekommen bin, dass es einfach cool und witzig sein könnte, dass ich anfange, mich zu filmen und eine Story daraus mache und das teile. Das muss ja auch irgendwie schon krass selbstbewusst sein und ein Ding sein. in den ganzen Influencern und Leute, die sich selbst erstellen, auch bei Schauspielern, auch bei allen, die sich in Bewegtbild und Medien eigentlich aufhalten, dass man das Gefühl hat, dass man eine Bühne hat und dass man gesehen wird. Das ist einfach eine Extrovertiertheit und ein Aufmerksamkeitsbedürfnis, was beides ist, positiv als auch negativ, was bei den meisten Menschen ja gar nicht da ist. Und die sich denken, nee, 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 Hauptsache, mich guckt gerade gar keiner an. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja, und dann denke ich halt auch manchmal, was ist das? Weil eigentlich, so im normalen Leben, habe ich gar nicht das Bedürfnis, also das ist dann auch zum Beispiel, ist ein Straßenmusiker auch nochmal ganz anders gepolt als ich, ne, der einfach dann es darauf anlegt, dass reale Menschen stehen bleiben und er die Augen auf sich gerichtet hat, ne, Musiker ja auch. Und ich glaube, Instagram ist tatsächlich dann auch nochmal so eine Art, nochmal ein Hintertürchen, was dieses wirklich, wie sozial, das hat man ja schon jetzt auch oft als Thema oder mal gehört, wie sozial ist Social Media im Prinzip? Wie sozial sind die Menschen, die sich darauf bewegen, wirklich? Ganz, ganz oft, und das habe ich auch von vielen Leuten auch erfahren, die vielleicht gar nicht so in der Branche sind, Es ist so, dass du Leute triffst, die Influencer sind oder Social Media tätig, die tatsächlich gar nicht so gut im Face-to-Face-Gespräch sind und in der Präsenz sind, im realen Leben, wie man vielleicht glauben mag. Weil, ich glaube, ein entscheidender Punkt, da grätsch ich kurz rein, weil es immer noch was anderes ist, und da kommen wir auch später noch dazu in unserem Thema mit der Komfortzone verlassen, weil es, glaube ich, immer noch was anderes ist. Du redest im Endeffekt mit deinem Handy, mit deiner Kamera, du redest nicht mit deinem Menschen. Auch wenn es dann tausende Menschen sehen, ist es ein großer Unterschied, weswegen die, glaube ich, dann in der Praxis einfach unerfahren sind. Ich habe auch dieses Gespräch gehabt, also die hatten ja einmal das kurz angesprochen mit ADHS, und wo wir einfach geredet haben, also viele fragen ja, oh Gott, wie machst du das mit dem Handy? Oder, ne, also, dass du da so abgeschalten kannst wegen den anderen Menschen und sowas. Für mich ist das das Einfachste, weil ich gar keine Reize habe, weil ich im Prinzip nur ich und mein Handy bin und gefühlt, dass dann alles andere ausblenden kann. Mir ist das dann tatsächlich, also gut, jetzt habe ich das auch gelernt, irgendwie auf Veranstaltungen oder sowas da auch zu arbeiten und sowas, aber so im normalen Leben wäre es für mich anstrengender, wenn ich die ganze Zeit mit ganz vielen Menschen zu tun hätte, als jetzt nur mit meinem Handy. Also, das ist einfach eine komplett andere Geschichte und würde ich als eher gar nicht sozial bezeichnen, sondern eher tatsächlich für sich und in seiner Kammer. Und das hat ja auch total viel, auch wie bei YouTubern und sowas, super viel mit Produktion und Schnitt und Nachproduktion und sowas zu tun, was ein total abgeschotteter Part ist von dem, was man vielleicht gar nicht so sieht. Aber ja, nochmal zurück zum Thema Facebook. Also, ich habe das schon so auch ein paar Jahre jetzt schon gedacht. Bei mir ist es halt echt so, diese ganze, also das finde ich echt brutal, es ist einfach alles damit verlinkt, also sei es mein Spotify oder jetzt auch diese Business-Ad-Manager, die ich tatsächlich auch oft für Instagram brauche, wenn zum Beispiel Kooperationen stattfinden und dort Werbeanzeigen mitgebucht wurden. Was sie ganz schlau gemacht haben, ist auch, wenn du dich irgendwo neu registrieren musst, dass man das mit dem Facebook-Konto auch machen kann. Ja. Und also meistens geht Apple ID, Facebook-Konto und Google, glaube ich, noch irgendwas. Und dann gab es eine Zeit, wo man immer bei Facebook, also wo man dann immer das über Facebook gemacht hatte, weil damals hatte ich noch nicht mal ein iPhone. Deswegen, also ich habe viel, viel über Facebook connected. Aber klar, auch als wir, haben wir das zusammen geguckt mit diesem Film. Wie hieß denn der Film nochmal, der so auch viele geschaut haben? Social Dilemma? Ja, genau. Ja, und da ging es halt auch darum, dass es eigentlich, there is no reason, dass man weiterhin jetzt noch bei Facebook ist und dass es so das Erste ist, was man tun sollte, das zu löschen. Und noch kurze Netflix-Empfehlung mal reingeschoben ist, Seaspiracy. Ja. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ich weiß es nicht, weil ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Ich habe immer Seaspiracy gesagt, aber es kann auch Seaspiracy sein. Eigentlich könnte Seaspiracy mehr Sinn machen. Ihr wisst auf jeden Fall, glaube ich, was wir meinen. Seaspiracy. Es macht alles Sinn, also sozusagen wie so eine Conspiracy. Ist das doch angelehnt, Seaspiracy? S-E-A-S-P-I-R-A-C-Y. Auf Netflix. Ja, Flo und ich sind ja überwiegend vegan, vegetarisch unterwegs. Bestärkt einen einfach tatsächlich einfach nur nochmal da drin, dass man... Ey, jeder muss wissen, was er macht. Einfach deswegen einfach mal angucken und ganz offen da reingehen an die Sache. Das ist nur eine kurze Empfehlung. Du hast Kopfhörer an, bist in Berlin unterwegs, gehst einkaufen. Du bist an der Kasse, nimmst du die Kopfhörer ab oder behältst du die Kopfhörer auf? Ich behalte die Kopfhörer auf, mache aber meinen Song, was weiß ich, raus oder was, keine Ahnung. Ich mache sie nicht raus. Ich gehe auch einen Kaffee holen und habe noch Kopfhörer drin. Das ist so respektlos. Da kommt jetzt meine spießige Seite hervor. Den zweiten Punkt, den wir heute bei den Dingen aus dem Alltag besprechen... Zwischen Sachen, die aber eigentlich egal sein könnten unter Zukunft dieser Erde. Ist tatsächlich, und ich habe den Punkt vorher mit Melissa schon mal des Öfteren besprochen gehabt, weil ich da, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu empfindlich oder auch spießig bin. Wir haben beide mal als Kassierer tatsächlich gearbeitet, Kassiererin. Also beide in einem Klamottenladen. Und ich beobachte jetzt in Berlin immer mehr, dass Leute gerade mit... Es ist nochmal für mich leider ein Unterschied. Leute mit Kopfhörern, die bezahlen und gegenüber der Kassiererin oder dem Kassierer, ihre Kopfhörer nicht rausnehmen. Oder? Was ich noch schlimmer finde, Over-Ears. Also diese dicken Dinger, wo man wirklich gar nichts mitbekommt. Ja. Habt ihr, wie ihr schon merkt, haben wir zwei unterschiedliche Ansichten. Das ist, glaube ich, auch mal ganz spannend. Ich glaube auch, ich bin dazu empfindlich. Ich finde es trotzdem, als Statement finde ich es für den Kassierer einfach in dem Fall nicht respektvoll. Es ist kein respektvolles Statement. Und ich glaube, viele machen sich darüber einfach gar keine Gedanken. Deswegen wollte ich es einfach mal nur gesagt haben. Also, kurz dazu, es ist ja wohl... Also, es ist einfach voll der Unterschied, ob du weiterhin Musik hörst und nicht mal auf eine Frage eingehen kannst, nicht hörst, was die... Aber geht es nicht um das Bild, was man verkörpert? Also, nein, bei Kopfhörern weiß einfach fast jeder Mensch, der schon mal Kopfhörer hatte und selbst bei Noise Cancelling, Over-Ears, dass du immer noch letztendlich hörst, was der Gegenüber sagt, wenn er nah zu dir steht. Das ist einfach Fakt. Und das ist einfach ein großer Unterschied, ob ich jetzt mit einer Augenbinde in den Laden gehe oder mit einem Kleber, einem Sticker auf meinem Mund, ist es einfach kein Vergleich für mich dazu, ob ich jetzt noch Ohrstöpsel quasi drin habe. Also, es ist ja auch ein gängigeres Bild. Es gibt viele, die Hörgeräte haben und sowas. Also, weißt du, was ich meine? Es ist einfach... Mich stört es nicht vom Bild her, wenn da jetzt jemand irgendwas am Ohr rumbimmeln hat, genauso wie ein Ohrring oder sowas. Das ist dann für mich gleich. Und klar, ich finde es dann auch komisch, wenn man so sieht, okay, da versucht gerade jemand mit dem zu sprechen und der ist so nachdem, oh, was? Dass man einfach immer darauf vorbereitet sein sollte, so, okay, da könnte jetzt irgendwie eine Rückfrage oder was weiß ich kommen. Genau, also ich erinnere mich wirklich auch nur damals, immer wenn ich abkassiert hatte und es kamen Leute mit beiden Kopfhörern drin, war ich einfach echt immer so ein bisschen... Es hat mir halt nicht gepasst. Ja, so hört sich das an. Niemand kann dir zuhören. Nein, ich will ja gar nicht, dass mir derjenige zuhört, aber auch als Kassierer stellst du halt auch mal Rückfragen. Wie willst du bezahlen? Cash oder mit Karte? So, und irgendwie, mich hat es immer richtig gestört. Und man ist ja dann in seiner Rolle, also man kann ja dann nicht sagen... Mach die Kopfhörer raus! Mach die Kopfhörer raus! Was denkst du, wer du bist? Nee, aber genau, deswegen einfach mal ansprechen vielleicht. Ich glaube nämlich, ich bin da einfach sehr empfindlich. Genauso, das hat damals auch keinen interessiert, das hatte ich mal bei Instagram gepostet. Ich finde es voll respektlos, wenn so Kinder zwischen zwölf und vierzehn mit den Großeltern unterwegs sind und Kopfhörer drin haben. Okay, das verstehe ich auch nicht. Dass die Eltern dann nicht mal sagen, Mensch Junge oder Mensch Mädel, nimm die Kopfhörer... Also klar, Kinder können da auch in einem schwierigen Alter sein. Oft, aber so manchmal denke ich, ey, wenn du wüsstest, so zehn Jahre jetzt vorgespult und keine Ahnung, ganz doof gesagt, deine Oma liegt so ungefähr im Sterbebett und du... Ja, ist so und du hast aber zwei... Die Kopfhörer drin! Und du hast immer noch die Kopfhörer drin, finde ich immer ein ganz komisches Bild. Also irgendwie stört mich das, aber... Ja, wie gesagt, das auch mit dem Hooverboard und sowas, das ist immer nur ein kleiner Ausschnitt vom Leben, das wir sehen. Das ist ja auch immer das Krasse, dieses, du hast eine Sekunde oder drei Sekunden Zeit, um einen Menschen zu beurteilen und er geht an dir vorbei und du hast einfach keinen blassen Schimmer, was davor alles passiert ist, was danach alles passiert ist. Also auf ein Leben bezogen, wie es aussieht, wenn der Mensch die Tür zumacht, was die Kopfhörer im Prinzip letztendlich für ihn zu bedeuten haben. So ein guter Punkt, das denke ich jetzt immer, wenn Autos schnell fahren und das hat mich früher auch immer extrem gestört, wenn die so Kickdowns und so gemacht haben. Und dann denke ich jetzt immer, ja, aber vielleicht hat der es gerade wirklich eilig. Voll. Ich muss sagen, also gerade, wenn du mal so eine Nachricht bekommen hast von irgendwas und ich meine, es werden wahrscheinlich noch in unserem Leben ein paar Nachrichten kommen, die man nicht so leicht zu verdauen hat und man dann sich im öffentlichen Raum bewegt. Und das hatten wir ja schon mal mit dem, wie geht's dir, ja. Wo man auf einmal denkt, krass, ich bin natürlich ganz sicher nicht die Einzige, die gerade hier sitzt und einen Stein im Magen hat und das Gefühl hat, irgendwie die Luft nicht richtig atmen zu können. und einfach so eine Belastung empfindet. Das hatten wir auch, als du deine Krankheitsdiagnose bekommen hattest, vor vier, fünf Wochen. Also den Verdacht, muss man ja sagen. Den Verdacht, dass, weißt du noch, da standen wir auch vor der Apotheke und dann gab es diese, das ist mit der Frau, wo wir auch, wo sich dann irgendeine Frau vorgedrängelt hatte, aber Melles hatte sie vorgelassen, das hatte ich aber nicht mitbekommen. Ja, und du warst echt auf, hast eine kurze, oder? Und da war ich eh schon auf 180, aufgrund der ganzen Situation. Sorry, um das mal kurz umzudrängen, also erzähl ruhig, Entschuldigung. Nee, nee, und da hab ich, hab ich ja auch mich voll angeblückt mit der, ich weiß gar nicht mehr. Ja, also es ging auf jeden Fall darum, ich hatte sie schon mal vorgelassen, weil ich auch am Telefon war und, ähm, Flur war halt so, der hatte bitte so, ja, klar, drängeln Sie ruhig vor und sowas. Und sie war dann halt direkt schon pisst und meinte so, sie hat mich vorgelassen, ne? Und dann ist Flo wirklich ausgerastet und dann meinte er so ungefähr, Sie wissen noch, haben Sie auch gar keine Ahnung, was bei uns gerade abgeht oder so. Das war schon sehr privat oder, beziehungsweise hätte man, glaube ich, im normalen Fall dann nicht gesagt. Ich hab halt so gesagt, ich will gar nicht mit denen diskutieren, Sie wissen gerade gar nicht, was bei uns los ist, also machen Sie hier keine Szene. Ja. Ja, und dann war die halt sehr, die war richtig geschockt und dann hab ich aber gesagt, gehen Sie ruhig rein. Und ich wollte eigentlich nochmal Augenkontakt und wollte nochmal sagen, so, entschuldigen Sie bitte, das war gerade irgendwie unangemessen oder was weiß ich. Ähm, die hat dann aber wirklich gar keinen Augenkontakt mehr gesucht, auch wollte gar nicht. Aber das Witzigste fand ich tatsächlich, dass sie als Konter zu Flo gesagt hatte, ja, sie wissen aber auch nicht, was bei mir gerade los ist und dass ich gerade auch was ganz Eiliges habe. Und es waren zwei Personen in der Apotheke erlaubt, also war ich auch mit ihr dann im Laden und im Endeffekt, ähm, hat sie irgendwelche Hustenbonbons gekauft fürs Kind, das war dann auch alles gut. Und war dann aber so, 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 so unangenehm berührt, ähm, und das war ihr sehr unangenehm, also peinlich, weil sie dann noch gefragt hat, haben Sie auch Kondome? Und dann meinte die Apothekerin, ja, ja, da hinten, rechts an der Wand und dann ist sie halt noch so an mir vorbei und hat dann die Kondompackung geholt. Und na klar, ist ja alles easy, ist ja alles normal, aber es war dann halt einfach so, wo man gedacht hat, ah, okay, das ist natürlich auch sehr eilig und du merkst gerade ein bisschen selber, dass wir wahrscheinlich echt ein bisschen aufgekratzt waren und du machst gerade eine Welle. Und viele, viele Leute kontern halt einfach direkt, ohne dann zu überlegen und, ähm, muss man aber ihr auch lassen, dass sie es dann trotzdem noch durchgezogen hat, weil sie wusste ja, wie peinlich das jetzt wird, einfach nur aufgrund der Aussage, ihr wisst auch gar nicht, wie eilig das bei mir gerade ist. Ja, sie war aber auch echt, sie so, ja, ihr wisst auch nicht, wie das gerade alles bei mir ist, ja? Und ich dann so, ja, aber du weißt auch nicht, wie das bei mir ist gerade. Und sie so, einfach Kondome, erstmal runterkommen. Ihr könnt auch runterkommen und es ist gerade verregnet und somit könnt ihr euch mal an euren Laptop begeben und unseren aktuellen Sponsor für diese Woche auschecken. Unser heutiger Sponsor für die Folge ist nämlich Visual West. Visual West ist ein Fintech aus Frankfurt und euer neuer digitaler Vermögensverwalter mit dem Ziel, Geldanlage so flexibel und einfach wie möglich zu machen. Visual West setzt auf Portfolios aus ETFs oder nachhaltigen Investmentfonds und unterstützt euch bei der Auswahl und Umsetzung. Das bedeutet, ihr müsst keine Ahnung von der ganzen ETF-Aktien-Fondswelt haben, sondern Visual West kümmert sich darum. Und er hat es gerade schon gesagt, nachhaltige Investmentfonds und ihr könnt nachhaltig wortwörtlich nehmen. Denn was besonders hervorzuheben ist und was auch echt cool ist, dass euer Geld ausschließlich so investiert werden kann, dass zusätzlich ethische, soziale und ökologische Aspekte beachtet werden. Genau, also wirklich, man kann das nur in so nachhaltige Fonds im Prinzip setzen. Es gibt natürlich Chancen und Risiken, dazu aber alles nochmal auf der Landingpage visualwest.de slash 220er. Genau. Wie geht's los? Schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat könnt ihr anlegen und ihr kommt eurem Ziel näher. Was auch immer euer Ziel ist. Was wäre dein Ziel? Oh, also es ist immer so ein großes Wort, aber so dieses finanzielle Freiheit, schon im kleinen Rahmen. Also ich bräuchte gar nicht dieses, ich habe gar nicht in mir dieses, ich will irgendwann Millionär sein. Oder so, das habe ich gar nicht. Aber zu wissen, da ist irgendwas immer noch im Hintergrund. Du hast einen guten Puffer. Du hast irgendeinen Puffer und du weißt, also aktuell gibt es auf dem Sparbuch ja auch kaum Zinsen richtig. Und da sowas zu haben und dann auch mit so einem System, wie das jetzt bei visualwest ist, da muss ich schon sagen, stehe ich auch selber sehr hinter. Und Melissa legt auch seit diesem Jahr an. Und ja, Visual West, das ist noch zu erwähnen, schenkt euch für eure erste Geldanlage mit dem Code 220er ein 50 Euro Gutschein für einen Shop eurer Wahl. Alle weiteren Infos dazu und wie Melissa bereits sagte, zu Chancen und Risiken der Geldanlage unter visualwest.de slash 220er. Und die Landingpage ist in unseren Shownotes. Das heißt, ihr könnt jetzt entweder während ihr hört schon mal raufgehen und euch das angucken oder nach der Folge. Ich weiß nicht, ob ich dich unterbrochen hatte schon, aber du hattest gesagt, der Sparplan kann schon ab 25 Euro im Monat gestartet werden. Das hatte ich gesagt. Genau, ich wollte es nur nochmal wiederholen, weil ich dann so reingegrätsch bin mit deinen Zielen. Genau, ihr könnt aber auch nochmal gerne, gerne, gerne in den Podcast Finanzcocktail reinhören, wo Lisa berichtet von ihrem Einstieg in das Thema Finanzen. Und genau, Chancen und Risiken auf der Landingpage. Schaut gerne rein, setzt euch mit dem Thema auseinander. Da seid selbstständig und unabhängig und ja. Werbung. Ende. Yes. Ja. Wir haben ein cooles Thema diese Woche. Ja. Ein Thema, mit dem ich mich selber gerade sehr viel auseinandersetze, wo ich auch ein bisschen lernen muss, glaube ich, wieder ein bisschen lockerer zu werden. Weil es geht und ich bin auch der Meinung, rein von der Psyche her hat es auch viel mit dem Lockdown zu tun. Und somit bin ich gespannt, wie es den Hörern und Hörern da draußen geht. Es geht ein bisschen um die, wir wollen mal besprechen, gefangen in der Komfortzone. Wie bequem kann man es sich machen und da bin ich auch ganz ehrlich in meinem Fall, wie viel Angst und Respekt hat man, aus diesen Komfortzonen rauszukommen oder aus der eigenen Komfortzone rauszukommen. Ähm, ja. Ähm, wir hatten ganz schön viele M's. Wir wollen, vielleicht nehmen wir das mal ab. Oder ich mir. Ich achte jetzt immer darauf bei mir. Wir, ich versuche es jetzt auch. Wir hatten letzte Woche ja schon darüber gesprochen, indem du mich gefragt hattest, was ich verlernt habe. Und dann sind wir so ein bisschen auch auf das Thema gekommen, ne, mit Lockdown, Freundschaften und so weiter. Ich würde jetzt einfach mal eine andere These aufstellen. Und zwar, ja, es hat auch was mit dem Lockdown zu tun, da man auch einfach eingeschränkter ist mit seiner Zeit. Man bekommt ab und zu eher dieses Gefühl von einem Unbehagen, von einer sich selber Fragen stellen, weil man ja auch viel mehr die Zeit hat, sich diese Fragen zu stellen, weil man nicht eventuell die ganze Zeit unter Leuten ist, wo einfach viel weggeblasen wird, was an Zweifeln ist in seinem Kopf. Weil wir als Menschen ja voll dazu tendieren, wenn wir uns gewogen fühlen in einem sozialen Netz, in einem Kreis der Sicherheit oder in unserem Safe Space, bist du ja gar nicht, stellst du dir gar nicht so viele Fragen, ne. Auch ein ganz klassisches Beispiel mit dem, okay, bei einem geht es schlecht und man geht die ganze Zeit feiern, weil man einfach weggeblasen wird und seine Sorgen so ein bisschen vergisst. Jetzt ist aber auch, glaube ich, die Kombination, weil es einfach auch ein aktuelles Thema bei dir ist, finde ich, solltest du dieses in eine neue Stadt gezogen auch als großen Punkt sehen, glaube ich. Weil ich glaube, das ist das erste Mal tatsächlich im Sinne von einer Komfortzone, wie gesagt, eine Komfortzone stellt ja auch immer irgendwo dein Umfeld dar und dein Safe Space. Und wenn du das natürlich irgendwie verlässt, muss man da, glaube ich, ein bisschen bewusst damit umgehen. Ich glaube tatsächlich, dass bei dir das noch gar nicht so deutlich ist, dass du das verlassen hast, dass du deinen Safe Space verlassen hast und deine Komfortzone im Prinzip auch. Und dass du in einer komplett neuen Stadt bist, aber du lässt es irgendwie nicht so richtig zu, gefühlt. Also, dass du es physisch verlassen hast, aber im Kopf noch gar nicht. Bei mir ist es tatsächlich so, also ihr könnt es, glaube ich, jeder hat so eine Situation, auf die er das Thema gerade beziehen kann. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, wie du sagtest, ich habe im sozialen Umfeld oder im geregelten Alltag immer, also ich bin ein Mensch, ich überlege sehr viel. Also, ich mache mir sehr viele Gedanken über sehr viele Dinge und das wird einem, wie du gerade schon meintest, so ein bisschen automatisch genommen, vor Corona zum Beispiel, indem du einfach, ja, ich sage einfach mal einen schnelleren Alltag hast. Hier, Freunde, abends noch was essen gehen, dann geht es direkt weiter. Man ist nicht viel alleine, also ich glaube, jeder ist jetzt, egal ob Beziehung oder nicht, jeder ist mit sich gerade viel mehr alleine, als wie er eigentlich davor war. Und das bestärkt, sage ich jetzt mal, leider die Leute oder die Menschen, die sehr viel mit sich ausmachen, also sehr viel überlegen, sich Sorgen machen, nachts irgendwas überlegen. Und das sind gar nicht immer, kann ich jetzt bei mir sagen, sind gar nicht immer spezifische Themen oder Punkte, sondern das schwirrt dann immer komplett. Also, das legt sich ein bisschen leider wie so ein Schlei auf alles und dann baut man sich so ein bisschen seine eigene Zone und verlernt, genau das, was wir letzte Woche besprochen hatten, und verlernt zudem eventuell noch Dinge, die einen vorher ausgezeichnet haben, sei es zum Beispiel dieser soziale Aspekt. So, ich habe zum Beispiel diesen Safe-Spot in Hamburg gehabt mit Umfeld und Freunde und Familie und so. Und da fällt es mir aktuell total schwer, hier auch Anschluss zu finden, weil ich es mir selber schwer mache, weil ich mir selber überlege. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, ich habe jetzt nicht, der Grund ist das und das, weißt du, das kann man da nicht so richtig benennen. Und trotzdem ist es, glaube ich, umso wichtiger, wir haben ja jetzt auch letzte Woche einmal viel darüber geredet, dass einem gerade so Partner oder das können auch andere Freunde oder Familienmitglieder sein, dass man darüber redet und dass man so, ja, wie soll ich das sagen, dass man von denen auch so ein bisschen gestoßen wird in diese unbequeme Zone. Also, dass man aus dieser Komfortzone in die unbequeme Zone so ein bisschen gedrückt wird, weil natürlich man aufgrund des Lockdowns immer jetzt eine Ausrede hat für alles. Wenn es bei euch nicht soziale Sachen sind, dann vielleicht im beruflichen Jobsinne so. Und ich glaube, viele, ja, ich glaube, das ist von der Psyche her nicht einfach mit Leuten, die sowieso schon gar nicht als psychisch krank sind, sondern einfach, ich nenne sie jetzt mal Denker. Also einfach Leute, die viel, viel, viel denken. Und ich glaube, da ist es... Grübler. 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 Das ist ein gutes Wort. Ja, grübeln. Man grübelt. Hinterfragen und sowas. Ich glaube, es gibt drei Sachen. Eine Sache erstmal zu dem, es ist so, dass es... Nein, okay, erstmal die erste Sache, die ich sagen wollte, die ich tatsächlich auch in dieser Meditation gelernt habe, die ich sehr hilfreich finde, die ich dir auch schon ein paar Mal ins Herz gelegt habe. Was man nicht vergessen darf, ist, dass, indem man auf einmal sehr, sehr viele Sachen, die um einen herum ausgeblendet sind und im Endeffekt versuchst du das ja in der Meditation auch, dass du sozusagen Sachen einfach wegschiebst und deine Gedanken so ein bisschen einfach vorbeiziehen lässt und wirklich dich konzentrierst auf das, auf das, was du gerade, also das, was gerade so in dir vorgeht. Aber, dass alles um dich herum die Gedanken als Wolken wahrnimmst zum Beispiel, das ist ja dieses klassische Beispiel, die an dir vorbeiziehen und das, was sozusagen dann nicht die Wolken sind, sondern der Rest, das bist sozusagen du. Und dass du die Fähigkeit hast, sozusagen das so ein bisschen dich abzusondern, dass du das Bewusstsein, dass du bewusst bist. Was man nicht vergessen darf, ist, dass, das sind Sachen, die sind die ganze Zeit da, die sind nicht gekommen, zum Beispiel viele sagen ja auch, wenn sie eine Meditation machen, sie fühlen sich dabei nicht so gut oder sie haben nicht das Gefühl, dass es irgendwas bringt oder es ist ein unwohles Gefühl. Das ist die ganze Zeit da, ne? Man kann das aber immer überlegen mit anderen Sachen, also drauflegen, dass man einfach sagt, man bekommt das Gefühl nicht. Aber faktisch ist es so, dass du immer wieder in deinem Leben in eine Situation gerätst, wo dich das im Prinzip einholen wird und was im Prinzip deine Schwäche ist und wo du einfach dann auch lernen musst, so okay, was ist denn das unangenehme Gefühl gerade und wie kann ich damit arbeiten? Da bringt es nichts, tatsächlich sich dann mit irgendwas anderem zu beschäftigen. Also nur, dass man das vom Verständnis her, das ist jetzt klar, das hat auch was damit zu tun, dass jetzt der Lockdown ist und dass man in eine andere Stadt gezogen ist. Trotzdem das Grundding, diese Vibration in deinem Körper, die dir irgendwas sagt oder das halt das Gefühl gibt, dass du eigentlich dich am Wohlstand in deiner Komfortzone fühlst, das ist eigentlich die ganze Zeit da, nur es wird so ein bisschen freigelegt, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, bei allen Sachen so. Also man kann das nicht immer, das ist nicht immer einer Situation geschuldet. Und was auch wichtig ist, ist einfach zu realisieren, du kannst dich auf eine Art Person, auf eine Art Menschen berufen, der du denkst, der du bist. Und so bin ich eben und das ist einfach die Art und Weise. Ich bin Grübler, ich bin Denker oder ich, keine Ahnung, bin jemand, der aggressiv ist, das ist einfach so bei mir. Oder ich habe ein Problem mit Essen oder ich habe sonst was. Das gilt nur bis zu einem gewissen Teil, weil man genauso, wie man diese Muster irgendwann auch sich auferlegt hat, kann man diese auch irgendwie wieder umlegen. Dann, das wollte ich einmal dazu sagen, dann gibt es einmal diese Komfortzone. Und dass du das nicht so zulassen kannst hier, ist irgendwo so eine Kompromisslosigkeit, die du irgendwie auch hast, was irgendwie nicht so richtig ist und dir es schwer macht, sehr, sehr, sehr schwer macht. Und ich das halt auch realisiere, wenn du deine Komfortzone verlässt, du dich einfach wahnsinnig lost fühlst außerhalb und das Gefühl hast, du bist so ein bisschen, du bist sehr schnell irritiert. Irritiert. So, es ist nicht eine Situation, egal was, also wenn man sich die Komfortzone wie einen Kreis, einen Kreis rundherum, einen Kreis vorstellt und du gehst außerhalb dieses Kreises, ist es nicht so, und das, glaube ich, könnt ihr auch alle nachvollziehen, ist es nicht so, dass man das Gefühl hat, juhu, ich habe es geschafft, sondern es ist eher so, dass du dann weiter irritiert bist. Und du musst sozusagen diesen Kreis drumherum erstmal erkunden und für dich auch irgendwo einen Platz finden, wo du für dich selber einfach dir selbst sicher bist in deinen Handlungen. Und dann nochmal als dritter Punkt, du hattest das gesagt, dass es Leute um einen herum gibt, die einen irgendwie da drin bestärken müssen, finde ich auch super, ist auch super wichtig. Aber als Person, die im Prinzip rausgeschubst wird, ist es einfach auch wichtig zu realisieren, dass die Person, die dich rausgeschubst hat, nicht der Arschloch ist sozusagen. Nee, voll. Ja, ja, aber das ist voll schwierig. Das ist voll schwierig als Partner, als Freund oder sowas auch zu tragen, dass sich die Person unwohl fühlt. Dass es nichts damit zu tun hat, dass man selber sozusagen der ist, sondern dass die Person einfach nicht gerade, wie gesagt, in ihrer Komfortzone ist und sich dementsprechend unwohl fühlt. Wenn du ein Mensch bist, der auch im Prinzip empathisch ist und natürlich auch Schwingungen und was weiß ich wahrnimmt, dann überlegt man sich halt auch selber als Partner oder Freund oder Familienmitglied, will ich das überhaupt? Will ich jetzt wieder die Person sein, die das im Prinzip trägt, nur weil mein Partner lost ist? Und das ist total so ein bisschen ambivalent, aber es ist irgendwie notwendig. Aber es braucht halt auch voll das Bewusstsein vom Partner, dass man so denkt, okay, ja, es ist gerade nicht eine Situation, die ich gerne habe, aber auch ja, ich werde nur stärker dadurch beziehungsweise sicherer, wenn ich diese Situation immer und immer wieder hatte. Wir können das auf alles beziehen im Leben. Wenn wir eine Situation einfach immer wieder hatten, wird sie angenehmer und wird sie mehr spürbar und für uns mehr machbar. Und ich glaube, wenn ich das jetzt einfach so vergleiche, ich glaube, dass du zum Beispiel einfach wenig Situationen hattest und das ist dem geschuldet, der jedem, der einfach immer in seiner Heimat war, das ist für mich so weit weg. Und ich versuche mich dann natürlich auch einfach mal darin so reinzuversetzen, dass man dann halt einfach nicht komplett erwarten kann so, okay, jetzt sei halt einfach normal oder sei einfach so, als würdest du dich hier komplett 100 Prozent wohlfühlen. So ist es ja nicht. Und bei mir ist das halt einfach schon seit zehn Jahren gang und gäbe, dass sozusagen Ortswechsel, Freundeskreise und sowas einfach unterschiedlich sind beziehungsweise ich jetzt einfach eher seit zwei, drei, vier Jahren den Luxus habe, dass ich wieder mit meinen besten Freunden bin. Aber davor war das ja die ganze Zeit eine neue Einstellung. Ich glaube, sehr gute Punkte, die du gesagt hast. Vieles, worüber ich mir Gedanken gemacht habe oder was auch wichtig ist, glaube ich, zu erwähnen, das ist die Angst vor einem Kontrollverlust. Also, dass man die Situation nicht kontrollieren kann, wie man sie in einem gewohnten Umfeld kontrollieren kann. Ich glaube, daran, ähnlich wie du gesagt hattest, man spielt Situationen oft durch. Umso öfter man sie erlebt hat, desto weniger schlimm werden sie oder scheinen sie zu sein. Und ich glaube, dass man da so ein bisschen loslassen muss und für sich einfach wieder zu einer Spontanität finden muss, die man früher eventuell hatte. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen abhandengekommen. Auch von einem engen Bekannten. Der hat das, dass der, glaube ich, viel aktuell im Job festhängt und somit aber auch seinen Ängsten oder dieser Trauer, die er sonst am Wochenende spürt, einfach entkommt, indem er im Job ist. Und dann kommt am Wochenende aber erst die Phase, wo er sich damit beschäftigt. Und somit hat jeder so ein bisschen sein Laster, was er aktuell so ein bisschen rumtragen muss. Und ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man so ein bisschen gestupst wird. Machst du bei mir, ne? Ja, das ist halt aber dann, ne, du, voll. Es ist aber voll schwierig, wenn dann eine Person, die im Prinzip diesen Kontrollverlust hat, dann aber immer noch mitentscheiden will, wie viel oder wie viel nicht und wann es wieder gut ist und wann nicht. Ja, voll. Das sind Kleinigkeiten, ne? Also so im Endeffekt, du kannst jetzt reden, aber dann jetzt nicht mehr, ne? Also es ist so, okay, das, und das ist jetzt ja auch voll persönlich und sehr spezifisch, aber ich glaube trotzdem, dass ihr das nachempfinden könnt, ne? Also, ja, man hat dann auch ein Verständnis dafür, aber dann irgendwie sich trotzdem Maß regeln zu lassen, so wann dann genug ist, finde ich dann auch schwierig. Weil ich glaube zum Beispiel, ich bin echt eine Person, die sehr verständnisvoll ist. Egal wie rabiat oder wie, ja, dass ich einfach sehr, mit meiner Wortwahl sehr, wie soll ich das sagen, ein bisschen viel bin manchmal. Denke ich aber trotzdem im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr empathisch und würde niemals wollen, dass jemand sich richtig, richtig scheiße fühlt oder sowas. Ja, voll. Das ist... Genau, aber es ist halt einfach, es ist auch voll schwierig als jemand, der stupst. Also es ist nicht einfach. Seid ihr diejenigen, die gestupst werden oder die mal gestupst werden müssten? Schreibt uns gerne an 220atgmx.de. Wir hoffen, das Thema konnte euch wieder so ein bisschen nicht inspirieren, aber wir geben ja immer ganz gerne Denkanstöße. Und ja, wir sind weiterhin für euch da. Donnerstag 6 Uhr, wie jeden Donnerstag. Wir haben über 100 Folgen. Falls ihr noch einiges nachhören wollt, könnt ihr das auch machen. Wir kriegen immer noch E-Mails, wo Leute uns Folge 3, 4, 5 schicken und froh sind, dass sie noch einiges vor sich haben, ohne warten zu müssen. Checkt unseren Sponsor ab in den Shownotes. Visual West, liebe Grüße. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Wir haben immer noch kein Intro, Outro und sind... Raus! Das war's! Ciao! Ciao!